hallo und willkommen zur siebten folge von von minecraft show row wir gehen direkt wieder drauf und die folge direkt im anschließt zuletzt auf und darf nicht ab also es läuft optimal Ziel für heute ist jetzt nochmal ein bisschen Äpfelfahren, vielleicht ein bisschen Pfeile, vielleicht kriege ich auch noch ein paar Zweibogen hin, aber das ist schon sehr weit hergeholt. Und ich werde auch noch mal alles versuchen für eine Verbrennung Eisenschwert. Da muss ich ran. Und da habe ich keine Spitzhacke mehr. Wenn die zu nicht entchanten. Weil es heute noch Dias wäre schon lecker, so fünf Stück oder so. Eigentlich wäre ich mit allem zufrieden, was ich heute noch finde. Äh, ich werde noch bis 15 Minuten farmen, dann gehe ich zurück, packe mein Stuff ein und gehe nach oben. Falls ihr es noch nicht wisst, morgen wird gefightet. Hä, oder was? Warum ist Bane of Arthropods gebannt? Was? Hättest du mir Redman stehen lassen? Nein, ganz. Bane of Arthropods, ja, würde ich auch bannen. Gut, hier, dich brauche ich auch nicht mehr. Das war so dumm. Jetzt bin ich stuck. Wollen wir mal, so geht noch. Oh, fuck. Ähm. Äh, das tut mir jetzt leid. Ich weiß, es ist irgendwie, es ist untersagt, dass man leaft, aber ich muss weg. Ich habe die Zeit total übersehen. Ähm. Für euch sehen wir uns nach dem Cut wieder. Ich bin, äh, muss nur weg. So, da bin ich jetzt auch wieder. Und ich habe das Palette vergessen. So. Mit Croissant habe ich jetzt geholt. Ab geht's. Gehen wir wieder drauf. Wenn ich darf. Okay. Danke. Äh, wir sind immer noch alleine. Das freut mich. Ähm. Ich kann mal die ganzen, äh, Schwerte zusammenlegen hier. So, wir haben keinen Level. Okay. Ja, wie gesagt, bis 15 habe ich gesagt. Mach ich noch. Okay. Ich bin nicht mehr allzu lange. Okay. Okay. naja ich hab gar keine lust mehr ich mach noch, wenn das als dies gewesen wäre ich hätte den glauben verloren den glauben hätte ich verloren ja gut ich glaub hier technisch wird nichts mehr schade dann gehen wir mal zurück dann hole ich mal das wichtigste zeug fangen wir kurz nochmal level 4 zusammen machen wir 2 pro 2 teile und dann gehts ab nach oben da ist meine spur ich werde nie vergessen wo ich hingehöre da muss ich mal noch mehr lücken rein dann Ja. Dann, ähm, geht's halt nach oben, würde ich sagen. Ich brauche nicht übern Stack. Äh, Ding. Wie heißen die Dinger? Kohle. Kurz auf chillig vergessen, was Kohle ist. Man kennt's. Wenn ich mit dieser Spitzhacke nicht nach oben komme, werde ich weinen. Aber eigentlich sollte das easy gehen. Eigentlich würde es kein Problem geben. Ich bin eigentlich gar nicht so weit weg im Spawn her, denke ich. Aber irgendwie hat es zur Zeit keiner Lust zu spielen. Wir hätten ja den Kampf eigentlich schon heute gemacht, also jetzt. Aber wir haben abgesagt. Äh, oh nein. Die Durability tut weh. Äh, wir haben abgesagt, weil wir meinten, yo, ähm, so... Fünf, sechs, die Uhrzeit, die ich jetzt gerade spiele, ist normalerweise peaked side, also... ...wär scheiße. ...däm, war jetzt leider nicht so. Ich bin ernsthaft da, wo ich Holz gefällt hab, krass. Dann machen wir mal weiter. Äh, ich kann mir hier nochmal ganz kurz den Ofen aufstellen und Gold brennen. Das schadet nicht. Das wäre auch cool, wenn Nacht werden würde. Ich glaube, eine Hole war hier noch nicht effektiv, also... Bro, wo kommst du denn her? What the fuck? Also, ich hab was gesehen da, aber ich dachte... Ist das scheiße jetzt? Bro, ausgerechnet dann, wenn Nacht würde, ne? So, jetzt schau zu, dass du regenerierst, du Arsch. Ja, warum baue ich Holz mit der Spitzsacke ab? Boah, ich bin so grenz... ...debil grad, das ist nicht mehr feierlich. Der chillt einfach in der Hexe! Auf ein spannendes Stil, da ist noch ein Creeper. Kennt man. Da ist er hin. Da ist schon der Erste. Wichtig. Jetzt noch mehr, wär'n geil. Puh. Mehr ist nämlich immer besser. Ich weiß nicht, ob das effektiver ist. Ich denke nicht. Noch einer, schön. Noch einer, schön. Also ich hätte schon noch die Möglichkeit ein paar zu machen. Wenn ich nur die Äpfel finde. Selbst wenn ich sie nicht benutzen kann, dann hat wenigstens mein Killer ein bisschen was mehr. Ich glaube ich kann noch genau, wie viel kann ich machen? 8 durch 2 und 3, 2 und 3, das liegt durch 8. Mathe man, 4, 4 Äpfel, also gaps kann ich noch machen, und die 4 Äpfel, die will ich noch haben. Wenn das Spiel halt mal für mich sein würde. Wenn schon bei den Dears nicht, dann hier. Oder beim Zukova nicht. Oder beim Enchanten. Geht's irgendwie noch nicht stimmen, oder? Hä? Da ist doch niemals die da unten. Joke, das ist ein Joke, das ist ein Joke. Was ist das Scheiße? Was ist das Scheiße? 喔 20 5 4 4 Einmal wenigstens Power 2. Stream bräuchte ich vielleicht noch. Okay, Hexen sind ja mal anders Arsch. Kein Apfel ist hier gar nicht gedroppt. Das ist schön. Das Spiel liebt mich heute aber auch mal wieder. Ähm, mhm. Ba-da-da. Ich hab halt echt nicht so geiles Equip. Ich brauch kein Babyzombie jetzt. Ich brauch kein Babyzombie, aber ich brauch kein Babyzombie, aber ich brauch kein Babyzombie. Ich brauch keine, knapp drei Minuten noch, kann ich sagen. Hier hängt kein Opfer mehr. Einer ist noch da. Komm, einer geht noch. Einer zumindest. Komm schon, einer. Einer geht noch. Komm, komm. Pfeile nehm ich nochmals. Die könnte ich noch gebrauchen. Komm, komm. Pass geht es euch. Okay, wir kriegen keinen Apfel mehr. 30 Sekunden werden wir gekriegt. Ich weiß nicht, irgendwie eine 20% Chance, dass man einen Apfel kriegt. Wie viel Pech kann man haben? Okay, ich habe 9 Gaps. Ja, gut, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Lasst dann Like und Abo da, schau. Beim nächsten Mal vorbei. Haut rein. Ciao.